Halli Hallöchen, liebe Leute. Ich hoffe, die Runde beginnt. Die Runde beginnt, das ist schön. Und wir haben keine NG. So, ich schreibe schon, welchen Mäffi wir jetzt sind. Aber gut, wenn wir keine NG haben, dann möchte ich NG gehen, weil... Warum haben wir denn Spy? Wir brauchen keinen. Egal, ich darf mich nicht so aufregen. Sonst bin ich irgendwie so ein Stückchen arrogant und das möchte ich nicht sein. Äh, jo, wo platziere ich denn jetzt mal meine Sentry? Okay, ich würde sagen, die Pyro, da ich von denen schon gemerkt habe, dass sie eh nur Granaten spammen, kann die Sentry ruhig da oben stehen. So, jetzt brauche ich nur ein paar Rohstoffe, um die mindestens auf Level 2 zu bekommen. Das wäre ganz schön. So. Nee, ich habe nicht mehr so die Zeit. Aber gut, hier sind überall Demos, die ihre Stickies an der Wand kleistern. Dann geht das schon. One. So, schnell den Dispencer hochbauen und hoffen, dass jetzt keiner meine Sentry kaputt macht. Es scheint okay zu sein. Sterben wir gerade eh alle in Massen. Rennen wir mal in meine Sentry rein. Bitte? Du, 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 ich muss nur aufpassen, dass er nicht irgendwo ein Spy ist. Der echt peinlich mich von irgendwelchen relativ schlechten Spys töten tut. der kriegt mich nicht guter ist meiner aber hier ich bin minimal paranoid ich darf das weiter kommt er da kam er und hey da ist so ganz bei gewesen ab dem habe ich gerade gesehen der hat sich unliebbar gemacht so die 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 ich gehe aber einfach mal davon aus dass meine teammates wissen diese verteidigen und dass die auch mal ein bisschen angehen weil ich es sicher ist endlich kann nicht rangehen ich muss darauf hoffen dass die Gegner das versuchen dabei scheitern wir waren um uns bei oder er wusste ich doch da muss ihn will aufpassen ich habe ihn gehört ich habe ihn auch gehört da waren zwei ich muss mich irgendwie voll auf treu ist und ich hoffe es stört nicht er hat da war sentry falsches ziel falsches ziel okay Gut, wo ist der, wo ist der Spy? Wo? Wo bist du? Ich glaub, die spielen langsam taktisch, das gefällt mir nicht. Und warum zur Hölle haben die so viel Zeit? Warum haben die den Punkt überhaupt schon bekommen? Ich glaub, das war ja halt nur der Spy. Naja. Was passiert hier? Und was ist 250? Äh, was ist Hardcore, meine ich? Was ist 250? So, ich hoffe, der Telefrag mich jetzt nicht, aber stell mich lieber in die Ecke rein, dann bin ich definitiv sicherer. Äh, ja, da fühle ich mich definitiv sicherer als irgendwie mitzutreten. Dazu zu stehen, M-Spy? Das, äh, nee. Doktor. Ah, das scheint jetzt nicht das beste Team zu sein. Ich dachte jetzt, der springt mir aus dem Weg, aber na gut. Da haben wir halt einen Heavy. Der stellt sich vor den Dispenser und zappt nicht mal. Ich will den jetzt hier hin. Mit Sicherung. Dann muss der nämlich erstmal an mir und meiner Sentry vorbei. Ja, ha, 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 ha. Na du. Danke, Pyro. Das ist echt lieb von dir. Ich nehme den Teleporter mal mit hoch. Ist mir lieber. Na du. Aber hey, jetzt müssen wir noch zwölf Minuten, also rund zwölf Minuten, elf Minuten und eine halbe Minute verteidigen. Na gut, ich muss ja eigentlich nur warten, bis die Gegner hier reinrennen. Das heißt, ich bin nützlich. Ich habe eine KD von 2-3, das gefällt mir. Ähm, Heavy? Was machst du da? Was hat denn der ausgerüstet? Iron Curtain? Cool. Hätte ich auch gerne, aber da bräuchte ich Paukenheit in der Inventory. Das habe ich nicht. Nein! Pyro, hol ihn dir! Hauptsache mein Teleporter steht noch, dann ist alles in Ordnung. Das war jetzt doof. Ich glaube, ich vertraue erstmal nur darauf, dass die jetzt meinen Teleporter verteidigen können und bauen hier erstmal meinen Level 3 aus Händen und schleppen die da einfach durch den Teleporter. Wenn sie den Teleporter nicht verteidigen, dann habe ich halt Pech. Mut mal dein. Ich muss die jetzt hier aufbauen. Das bringt nichts, wenn ich die Centaurier dort hinschleppe und dann geht sie eh nur kaputt. Das war aber auch doof, ne? Da habe ich eine Weile nicht aufgepasst. Das war dumm von diesem Spy. So, noch kurz heilen, noch mal Metall holen. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Er wird übrigens mal kurz... Ja, Krankheiten halten. Ne, weil... Warum? Warum zur Hölle ist die Centaurier explodiert? Ich... Ich verstehe es nicht. Was sollte das? Exkludiert die irgendwie, wenn man die mit ins Spawn trägt? Und hatte ich gerade noch so ein Pixel im Spawn drin? Oder... Seit wann? Seit wann passiert sowas? Wobei mir fällt gerade ein, wir müssen doch eh nur den zweiten Punkt verteidigen. Also kann ich auch hier bleiben. Hier lasst den Teleporter mal dort. Zu dem Fall, dass ich durch mein Team irgendwie dorthin möchte. Da fuck? Warum? Ich bin der einzig wahre Bunny-san. Mann. Fuck you. Fuck you, einfach Spy. Du nervst. Nein. Leave my Teleporter alone. Übrigens, da stand gerade ein Medi, ne? Das war jetzt voll die gute Tarnung. Hm. Hätte ich niemals erkennen können. Texas Two-Step. Schön. Ich glaub, das war so viel wie lass den von deiner Centaurier anfragen und ja, finde ich ihn dann auf. Du hast mein Metall geklaut. Ihr Schweine. Ihr habt mein Teleporter getötet. Hm, na ja. Ich muss ja eh nur noch hier verteidigen. Ich muss aufpassen, dass das bei mir nicht kriegt. Aber das ist ja nicht wirklich ein guter Spy. Ich bin schon mal froh, dass der kaum was kann. Das ist eine angenehme Runde. Ich brauche ja nicht immer Action. Immer Action ist ja auch doof. Gimimettel. Ja. Ich muss mich nach dem Part echt mal so richtig räuspern und nähchen schnäuzen und so, dass einfach alles klar ist und ich nicht rumschniefe und rumräuspere und wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist voll schlimm, wenn man irgendwie immer so ein ganz klein bisschen krank ist und eine Krankheit gerade mal abklingt. Ach, na ja. Geh weg. Ich will hier uns Brain machen. Du-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Oder wirst du, was das... Nein, das mache ich nicht jetzt. Ich möchte nicht riskieren, dass irgendwann mein Sentry das kaputt macht. Warten hier los. Ihr wart echt mal besser Gegner. Also jedenfalls meine Gegner waren echt mal besser. Die wahrscheinlich nicht. Und die haben einen doofen Tal. Kann ja auch sein. Das ist nicht symmetrisch. Jedenfalls nicht so richtig. Ich möchte, dass es hier genau in der Mitte ist. Irgendwie so. Nee. Ich glaube, dort ungefähr... Oh, jetzt lass mich mein Spray machen. Ja, passt schon. Kein Spy. Okay. Du, ich hab hier einen Dispenser stehen. Führt dann halt nicht. Du mich auch. Ich weiß schon, wo... Ich weiß schon, wo ich meinen Teleporter hinstelle. Nimm dich hier hin. Dann mach ich mir hier einen Sentry das hin. Jetzt bist du böse. Ich möchte nur, dass der fertig wird. Dann hau ich noch meine letzten 75 Metall drauf. Das ist schrecklich, wenn man im Singular vom Plural reden will. Wenn ihr versteht, was ich meine. Meine letzten und dann einfach im Singular Metall. Na du, Demo. Ich hau dann mal ab. Die Sentry dürfte auch bis dort hinter zählen, oder? Ich hoffe. Wenn nicht, hab ich Pech. Aber naja. Äh, ist hier irgendwie so ein Gegner? Du Arsch! Hast! Mein Dispenser kap... Duh! Mann! Mein Sentry ist auch down. Heeeh. Was machst du? Beweg dich! Da kommt gerade ein Hofmann-Gegner. Das krieg ich nicht alle... Alle... Alleine tot. Das kann ich nicht. Anscheinend doch. Naja, mit Hilfe des Spies. Du, Maddy. Du musst jetzt mal kurz ganz alleine verteidigen. Weil der Heavy, den wir im Team hatten, der ist anscheinend zu... Ach nein, der ist tot. Der hat sich wieder bewegt. Okay. Dann möchte ich mal nicht so sein. Ich würde mich ja schon doof fühlen, wenn er einfach der Angie den offfindigt. Wird von dem Pyrofall fertig gemacht und von dem kommt dann Angie und schießt einfach einmal und dann ist er tot. So, ich möchte die Sentry noch auf Level 3 bekommen. Bevor ich den Part beende. Du-bi-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. gut da kommt gerade er mit golfschläger an da warum nicht die 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 fangs vor dem Mittel ja ja das ist schon irgendwie böse aber dann gut ich glaube es kommt hat kein Gegner okay das unsere aber es kommt gerade kein Gegner dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal bis dahin